So, wir haben auch hier wieder eine Kostenfunktion gegeben und da will ich auch gleich dazu sagen, es gibt andere Videos dazu, die auch noch die Gewinnfunktion und auch die Ableitung der Gewinnfunktion darstellen. Und wir werden jetzt gleich mal anfangen hier mit dem Gewinnmaximum. Die Frage ist, wie hoch ist das Gewinnmaximum, wenn pro Stück 1500 Geldeinheiten verlangt werden können? Also, wie gesagt, wir haben hier eine Gewinnfunktion. Diese Gewinnfunktion haben wir auch in einer vorhergehenden Aufgabe, da schicke ich gerne auf Anfrage den Link auch nochmal zu, haben wir auch abgeleitet schon. Das heißt, g' von x, also die Ableitung der Gewinnfunktion, lautet jetzt schon mal minus 3x² plus 120x minus 1500 plus p. Wir haben ja hier p, 1500 Geldeinheiten gegeben und hier nochmal ganz kurz pro Stück 1500 Geldeinheiten verlangt werden können. Natürlich kann ich für alles, alles verlangen, ich kann auch für einen Lutscher 1500 Geldeinheiten verlangen. Allerdings geht man natürlich davon aus, dass die auch tatsächlich bezahlt werden. Wir können uns zum Beispiel hier einen Laptop oder irgendwas vorstellen, das 1500 Euro kostet. Aber man kann natürlich auch, wenn man früher nach Italien mal gefahren ist, empfehlen, denn sie könnten auch 1500 Lira auch für ein Eis sein. Das ist dann schon ein großes Eis. Gut, aber egal. Jedenfalls, die Zeiten von Lira sind ja auch vorbei. Jetzt können wir sagen, das Gewinnmaximum, wie hoch ist das? Dann müssen wir das gleiche machen wie in dem Video vorher, in dem Vorgängervideo dazu. Und zwar als erstes können wir 1500 hier einsetzen und es gilt ja für das Gewinnmaximum immer noch, g' von x ist gleich 0. 1500 ist der Preis. Da haben wir natürlich hier schön minus 1500 plus 1500 fällt das Ganze weg. Das bedeutet auch, wir müssen hier jetzt keine pq-Formel berechnen, um den x-Wert rauszukriegen. Denn wir haben hier einen Term mit x, hier einen Term mit x. Das heißt, wir können hier x ausklammern. Dann steht da genau das hier. 0 ist gleich x mal, Klammer auf, minus 3x plus 120. Dann kann man hier hinschreiben, xn1 gleich 0. Und dazu gleich die Interpretation, das macht natürlich keinen Sinn, dass wenn wir 0 Stück produzieren, dann kann da kein Gewinnmaximum bei rauskommen. Weil wenn wir 0 Stück produziert haben, können wir auch nichts verkaufen. Wenn x verkauft, also von nix kommt nix. Der zweite Fall ist 0 gleich minus 3x plus 120. Da holen wir jetzt die 3x hier rüber, ist gleich 120 und teilen das Ganze nochmal durch 3. Dann steht der x gleich 40. Das heißt, das Gewinnmaximum liegt bei dem Preis von 1500 Geldeinheiten schon mal bei 40 produzierten Stück. So, und jetzt müssen wir noch wissen, wie hoch ist denn das? Und dazu müssen wir natürlich wissen, xn2 hätte man hier auch hinschreiben können. Ja, oder x, Gewinnmaximum, 2 oder wie auch immer. Wenn wir uns das jetzt mal merken, dann haben wir hier x gleich 40 und das hier nehmen wir alles weg. Jetzt wollen wir aber wissen, wie hoch ist der Gewinn, beziehungsweise wie hoch ist das Gewinnmaximum. Das heißt, hier wollen wir auch noch den y-Wert der Gewinnfunktion haben. Die Gewinnfunktion lautet in diesem Fall minus x hoch 3 plus 60x² plus, Klammer auf, p minus 1500 mal x minus 3000. Die wird in einer vorhergehenden, wie heißt es denn, in einer vorhergehenden Aufgabe oder in einem vorhergehenden Video gelöst. Jetzt setzen wir x gleich 40 ein, hier 40, hier eine 40, hier bei dem p setzen wir natürlich wieder unsere 1500 ein. Hier setzen wir die 40 ein und dann können wir den ganzen Kram hier ausrechnen. Dann steht da g von x gleich, so das macht der Taschenrechner alles. 29.000 Euro Gewinn machen wir, wenn wir 40 Stück zum Preis von 1500 Euro oder Geldeinheiten verkaufen. Hier Mengen, Einheiten hinter, ansonsten ist das nachher in der Klausur nicht richtig. Auch da würde ich dann immer in die Aufgabe gucken, wenn da ME und GE steht, dann bleibt man bei ME und GE. Und sollte das auch in einem Antworttext dann tatsächlich auch bei ME und GE belassen und nicht da plötzlich Euro und Stück inschreiben. Auch wenn das jetzt hier natürlich zum Verständnis mit Sicherheit einfacher ist, das zu checken. Aber was fasel ich, wenn es dazu Fragen gibt, dann schreibt ihr mir bestimmt eh einen Kommentar.